WALTER WEITZENBURGER 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 Hallo, mein Name ist Walter Weitzenburger von Lebensraumimmobilien. Wir befinden uns im schönen Stadtteil Obergiesing am Walchenseeplatz und ich würde Sie heute gerne zu einem Rundgang in einen Altbauwohnung in der ersten Idee einladen. Folgen Sie bitte auf die Idee! Wir befinden uns im schönen Stadtteil Oberg Wir befinden uns im schönen Stadtteil Oberg und wir befinden uns im schönen Stadtteil Oberg Musik Ich hoffe, die Wohnung hat Ihnen gefallen. Es würde mich freuen, wenn Sie mich unter der eingeblendeten Telefonnummer kontaktieren würden, um eine zeitnahe Besichtigung zu vereinbaren. Bis bald! Musik 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 Musik